Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Heute gibt es mal wieder eine Konferenz mit den 5 Samstagspielen. Mit welchen Spielen soll es sonst eine Konferenz geben? Die Timelinks seht ihr hier jetzt auch und ich habe extra eine Spoilerwarnung in Anführungszeichen reingetan. Wenn ihr erst das Spiel vom Freitag sehen wollt, dann klickt ihr jetzt auf die Zeit, die da oben steht. Also, oder in die Timelinks, ihr springt da einfach hin. Ja, ich glaube, das kriegt ihr schon hin. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der Konferenz. Los geht's! Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur Konferenz am Samstagnachmittag. Der BVB empfängt den VfL Wolfsburg, der das 5 zu 2 zuletzt gegen Düsseldorf bestätigen möchte und nicht das 0 zu 6 in München. Dortmund hat in letzter Minute noch 3 zu 2 gegen Hertha gewinnen können. Die möchten das natürlich bestätigen. Wir schauen zum ärgsten Konkurrenten, der spielt nämlich heute in Freiburg. Passiert ja auch nicht so häufig, dass der FC Bayern parallel zum BVB antritt am Samstagnachmittag. Wir schauen erstmal währenddessen auf die Aufstellung. Sie können sich da einen Überblick verschaffen. Die Freiburger werden's den Münchnern sicherlich nicht einfach machen. Trotzdem sind sie hier der klare und haushohe Favorit. Und am spannendsten ist es eben, wenn diese Teams Dortmund und Bayern parallel antreten, dann kann sich das immer schön verschieben an der Tabellenspitze. Wir schauen erstmal in andere Tabellenregionen. Und zwar tendenziell in das triste Mittelfeld mit Hang zur Europa League. Zumindest gilt das hier für die Gastgeber aus Bremen, die im typischen 4-3-3 antreten werden. Zu Gast ist der erste FSV Mainz 05, der sich der letzten Abstiegssorgen entledigen will. Das schauen wir uns über die 90 Minuten an. Aber erstmal geht's jetzt nach Düsseldorf. Wo Borussia Mönchengladbach gut daran tut, den sicher geglaubten oder zumindest sicher erhofften Champions League Platz nicht doch noch zu verlieren. Das wird ganz, ganz eng. Frankfurt und Leverkusen insbesondere drücken von unten. Und das könnte am Ende sonst noch extrem bitter werden. Aber bitterer ist es ganz unten und zwar in Nürnberg. Der FC Augsburg ist zu Gast im Max-Morlock-Stadion. Wir beginnen hier die Konferenz, denn hier sind wir am weitesten. Platz 18 gegen Platz 14. Könnte durchaus interessant werden. Und wir achten mal drauf, wer es damit besser bewerkstelligen kann. Die in rot gekleideten Gastgeber von links nach rechts. Im ersten Durchgang in weiß komplett die Fuggerstädter aus Augsburg. Dementsprechend von rechts nach links. Und da haben sie gleich mal viel Platz. Hahn versucht den Ball nach vorne zu bringen. Mühl ist aber dazwischen. Der erste FCN macht es in den letzten Wochen unter Schommers wirklich immer ganz gut. Aber es sind dann knappe Niederlagen oder nur Unentschieden, die einem nichts bringen. Die einen nicht voranbringen vom letzten Tabellenplatz mit 13 Punkten. Dürfte es schwer werden, noch drin zu bleiben. Die erste Flanke ist jetzt gar nicht mal so ungefährlich. Wir haben das erste Tor in Dortmund. Das wollen wir natürlich sehen. Der BVB führt mit 1 zu 0. Der VfL Wolfsburg hinten offen wie ein Scheunentor. Dieser Ball auf Jakob Brun Larsen ist auch genial gespielt. Und der bleibt eiskalt vor Castils. Das hat man von der Nummer 34 in dieser Saison auch schon anders gesehen. Unter anderem gegen Augsburg eine Riesenmöglichkeit vergeben. Aber davon möchten sie sich jetzt freischwimmen. Und das tun sie hier in der Anfangsphase. Wolfsburg sieht in der Defensive schlecht aus. Und da sei noch mal an das letzte Auswärtsspiel erinnert. 6 zu 0 gegen den FC Bayern. Und wenn es jetzt hier schon so losgeht, da muss man ja um die Elf von Bruno Labbadia sogar schon fast Angst haben. Absolut verdiente Führung. Der VfL konnte nach vorne noch nichts zustande bringen in den ersten 10 Minuten. Und dementsprechend auch folgerichtig die frühe Führung für den BVB. Arnold gewinnt jetzt aber mal den Ball. Und mit diesen ersten Eindrücken, wenn hier nichts Gefährliches draus entsteht, schauen wir erstmal zur nächsten Station. Bürki hat den Ball ab nach Düsseldorf. Gladbach mit einem guten Auswärtsauftritt bislang. Dennis Zakaria schaut nochmal zurück. Johnson auf Hofmann. Der wird nicht angegriffen und trifft. 1 zu 0 für die Gäste. 14. Spielminute. Zimmermann ist noch dran mit dem Fuß. Aber nicht mehr entscheidend. Zakaria legt raus. Ganz einfach Fabian Johnson zu Hofmann. Der hat viel zu viel Platz. Schließt dann ab aus der zweiten Reihe. Hat Glück, dass der vom Innenpfosten reinprallt. Und somit steht es 1 zu 0 für die Gäste. Und ja, das ist verdient. Die spielen hier von Anfang an gut nach vorne. Müssen auch mal wieder was liefern. Beim 1 zu 1 gegen Freiburg sahen sie auch wieder sehr unglücklich aus. Die Fans sind hungrig und wollen in die Champions League. Wir schauen nach Freiburg. Die Champions League ist Selbstverständlichkeit hier beim Gast aus München. Aber es soll dann bitte auch die Meisterschaft werden. James Rodriguez im Strafraum. Aber Schlotterbeck ist erstmal dazwischen. Trotzdem noch nicht geklärt. Und dann so eine Halbmöglichkeit. Schwolo hält den Ball aber ohne Probleme fest. Wunderbar sonnig hier in Freiburg. Wo ja fast immer die Sonne scheint. Und spielerisch sowieso, wenn Christian Streich seine Mannschaft aus Feld bringt. Dann sind die Freiburger Fans aus dem Breisgau absolut zufrieden. Haber über die rechte Seite der Flankenball. Und dann gibt es den Freistoß. Boatengköft den raus. Weitschmidt wäre sonst glaube ich auch im Abseits gewesen. Aber nun denn. Freistoß aus gar nicht allzu uninteressanter Position. Freiburg verschanzt sich nicht hinten. Die machen das ganz gut. Halten die Bayern weitestgehend so gut es eben geht gegen diese Qualität vom eigenen Tor fern. und setzen auch die ein oder anderen offensiven Akzente. Grifo bringt den rein. Tor in Düsseldorf. Aber von Goretzka geklärt. Wir hören Tor in Düsseldorf und das wollen wir sehen. 2-0 für die Gäste. Die Fohlenfans können sich freuen. Friedhelm, Funke und seine Elf geraten hier ins Strudeln. Ball an den Pfosten. Stindl steht genau richtig. Hält die Fußsohle hin. und rückt ihn dann über die Linie. Also das ist wirklich ein beeindruckender Auftritt von Gladbach. Die hatten jetzt in der Länderspielpause Zeit über die letzten unzufriedenstellenden Resultate nachzudenken. Und das ist die Reaktion drauf. Respekt an dieser Stelle. Wir wollen mal nach Bremen schauen. Da waren wir noch gar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, weil sich das Spiel zwischen den 16ern abzeichnet. Es sind eigentlich zwei spielstarke Teams, die auch gewillt sind, zum Abschluss zu kommen. Aber irgendwie hebt sich das hier gerade so ein bisschen auf. Und es gibt keine wirkliche Torgefahr auf beiden Seiten zu verzeichnen. Ludwig Augustinsson mal über die Außenseite. nimmt Rashica mit. Schöne Flanke, aber Niakati passt auf und köpft das Ding raus. Kein Problem an dieser Stelle. Langer Ball mal auf Mateta. Und so sieht es hier meistens aus. Man spielt nach vorne, häufig mit einem langen Ball. Vor allem die Mainzer agieren damit, mit diesem Mittel. Und dann verteidigt Bremen gut. Dann will Bremen nach vorne spielen. Dann verteidigt Mainz gut. Und das in einer Endlosschleife. Da könnte man auch den Kassettenrekorder im Loop laufen lassen. Aber das nur mal so nebenbei. Halbe Stunde fast gespielt. Vielleicht jetzt endlich mal eine Möglichkeit. Unisibo mit der Flanke. Öztunali mit dem Kopfball. Wir schauen noch mal drauf. Und geben eine Station weiter nach Nürnberg. Der erste FCN drückt hier. Khedira ist aber erstmal dazwischen gegen Ishak. Und Jasheol Kuh drischt den Ball ins Seiten aus. Etwas unmotiviert, aber man kann auch mal auf Nummer sicher gehen. Löwen auf Keak bekommt den Ball wieder. Und die Flanke auf Hanno Behrens ist perfekt. 31. Spielminute. 1 zu 0 für Nürnberg. Und wie wichtig ist das bitte für den Klub? Unglaublich. Hanno Behrens. Der beim letzten Auswärtsspiel gegen Frankfurt eine überragende Kopfballmöglichkeit hatte. Diese nicht verwandeln konnte. Und das wird ihm jetzt gut tun. Steigt er am höchsten. Kommt aus dem Lauf. Und Philipp Max kommt nicht mehr rechtzeitig ran. Ist auch gar nicht sein Zuständigkeitsbereich. Aber er konnte es trotzdem nicht verhindern bei allem Einsatz. 1 zu 0 für Nürnberg. Wir schauen mal wieder nach Dortmund. Fast die Möglichkeit zum 2 zu 0. Beziehungsweise die Möglichkeit zum 2 zu 0 war da. Thomas Delaney mit dem Kopfball. Aber Kuhn Castils hat gesehen, dass der über die Latte ging. Und blieb dann auch dementsprechend weg. Torwartabstoß. Für die Gäste, die einfach nicht nach vorne kommen. Aber der BVB, das Kompliment kann man machen. Die spielen einfach überragend. Die wollen hier die 3 Punkte im Westfalenstadion behalten. Fehlt eigentlich nur der nächste Treffer. Marco Reus macht hier auch mit den Verteidigern in Wasser will. Giavogi geht auch nicht ran. Delaney, Brun Larsson an den Pfosten. Nächstes Tor in Düsseldorf. Was für eine Chance. Aber jetzt erstmal zur Fortuna. Gladbach ist gnadenlos. 33. Minute. Thorgan Hazard. Abpraller. Er ist am schnellsten. Reagiert am zügigsten. Gießelmann. Ne, Stöger ist es. Pardon. Kommt nicht mehr rechtzeitig ran. Nicht mehr in den Zweikampf. Und so steht es 0 zu 3. Das ist wirklich heftig. Beim letzten Auswärtsspiel bekam die Fortuna. Eben bei diesem Wolfsburg-Spiel. Fünf Dinger eingenetzt. Und jetzt geraten sie hier erstmal torretechnisch wieder unter die Räder. Sie müssen auf Dodi Luque Bacchio verzichten. Der hat die fünfte gelbe Karte gesehen vor der Länderspielpause. Tor in Freiburg. Das merkt man. Und jetzt ein Tor in Freiburg. Ab in den Breisgau. Der SC Freiburg führt. Nils Petersen wackelt einmal. Und schließt dann stark ab. Schöne Körpertäuschung. Gegen Jerome Boateng. Der ist durchaus eng dran. Aber was Petersen da macht. Das ist einfach klasse. Und dann hämmert er ihn rein. Für Neuer nichts zu machen. Und Petersen ist auch so ein kleiner Bayern-Schreck. Die Freiburger ärgern die Bayern gerne mal zu Hause vor ein paar Jahren im Abstiegskampf. Ganz wichtig. In der 89. war es, wenn ich mich nicht täusche, auch Nils Petersen. Mit einem späten Tor in der 89. Er zielte das 2 zu 1. Und das brachte die Freiburger wieder in eine bessere Situation im Kampf gegen den Abstieg. Aber das ist Nostalgie. Die Bayern möchten erstmal ausgleichen. Bestenfalls noch vor der Pause. Lewandowski über die rechte Außenseite. Bekommt er auch nicht wirklich Angriff. Müller verliert aber den Ball an Ginter. Tor in Nürnberg. Das schauen wir uns logischerweise auch an. Die Gäste sind wieder da und stechen eiskalt zu. 40. Spielminute. Marco Richter mit dem 1 zu 1. Ischak verliert den Ball. Beziehungsweise verliert den Zweikampf. Den Ball an die Augsburger. Und Marco Richter schießt da drauf. Schöner Schuss aus der Distanz. Martenia kommt nicht mehr ran. Aber da darf er so einfach nicht zum Abschluss kommen. Und die Nürnberger sind genauso schlau wie zuvor auch schon. Jetzt stehen 14 Punkte. Da von den 16, die man vorher hatte, ist man wieder abgefallen. Und mit jedem Gegentor, mit jedem Rückschlag schwindet die Hoffnung etwas mehr auf den Klassenerhalt. Aber es ist noch genug Zeit. Sie spielen hier wirklich gut mit. Aber Augsburg ist einfach eiskalt. Auch gegen Hannover waren sie lange Zeit nicht so gut im Spiel, die Fuggerstädter. Am Ende gewann sie dann doch souverän mit 3 zu 1. Da sind wir jetzt nochmal spontan nach Bremen gesprungen, weil hier noch nicht so viel los war. Und weil wir hier noch nicht so oft waren, eben aus dem einfachen Grunde, dass die Aufreger Szenen nicht sonderlich häufig vorkam. Max Kruse jetzt im Abseits. 45. Minute. Eines der wenigen Offensivzeichen, die wir hier sehen. Schauen wir mal auf eine Möglichkeit, die es hier eben gab. Aber das war für Müller da kein Problem, den abzufangen. Bremen versucht es jetzt. Strengt sich etwas mehr an, aber wirklich gefährlich wird es nicht. In den anderen Stadien wird so langsam zum Pausentee gebeten. Und hier gibt es nochmal eine Möglichkeit. Klaassen mit der Direktabnahme. Wie gesagt, das einzige Spiel, das noch lief hier gerade in Bremen, ist jetzt auch vorbei. Wir schauen in der Pause kurz auf die Halbzeitstände. Die Bremer Fans sind hier trotz eines ernüchternden Eindrucks ihrer Mannschaft ganz zufrieden und ganz gut drauf. Liegt vielleicht am Wetter. Zur Pause steht es hier torlos 0 zu 0. Wir sind gespannt, ob sich das in den zweiten 45 Minuten dann ändern wird. Jo, das war es erstmal mit den ersten 45 Minuten der Konferenz. Gleich geht es natürlich weiter. Nur wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht es jetzt weiter. Ich will nicht lange rumlabern. Also viel Spaß mit den zweiten 45 Minuten der Konferenz. Zurück im Westfalenstadion. Die Wolfsburger haben hier eine Aufgabe vor sich, der sie in der ersten Hälfte nicht gewachsen waren. Es gibt auch einen Wechsel. Mimedi geht raus dafür. Renato Steffen neu dabei. Hier gleich mal am Ball und der soll für Aufschwung in der Offensive sorgen. William mit dem völlig überhasteten Ball. So sieht das aus. Wenn es der VfL mal nach vorne versucht hat, im ersten Durchgang, war das alles andere als zielstrebig und gefährlich. Der BVB aktuell extrem ungefährdet mit diesem 1 zu 0. Aber sie sollten es nicht versäumen, den nächsten Treffer zu erzielen. Ansonsten könnte es hier nochmal eng und knapp werden. Einzig und allein der VfL Wolfsburg tut zu wenig dafür, als dass man da wirklich dran glauben könnte. Weiter Ball jetzt mal von Knoche zu Renato Steffen. Der ist gar nicht so schlecht. Renato Steffen mit der Flanke. Giavogi mit dem Kopfball. Wir haben hier die erste Möglichkeit gesehen für Wolfsburg tatsächlich. Und wir wollen jetzt mal nach Freiburg schauen. Bayern läuft diesem 1 zu 0 hinterher. Aber er ist offensiv jetzt wieder aktiv. Thiago bekommt den Ball von Lewandowski. Und wir kommen gerade recht. 51. Spielminute. Der FC Bayern München gleicht aus. Und das ist verdient. Thiago bekommt keinen Druck. Schöner Doppelpass mit Lewandowski, der einmal weiter durchsteckt. Und Thiago Alcantara bleibt dann kühl. Mit einem wuchtigen Linksschuss überwindet er Alexander Schwolo. Der nicht mal den Arm rechtzeitig hoch bekommt. Und somit sind die Gäste wieder da in diesen grau-blauen, wie auch immer man das nennen möchte, Auswärts-Jerseys auf dem Feld. Also genug Zeit für den FC Bayern München, das hier zu drehen. Sie müssen ja gewinnen, weil parallel der BVB in Führung liegt gegen Wolfsburg. Und es keinen Anschein macht, als würde das sich noch nach den 90 Minuten oder während dieser 90 Minuten ändern können. Und sie wollen gleich nachlegen. Lewandowski! Alexander Schwolo passt auf, 54. Minute, fast der Doppelschlag. Das wäre bitter gewesen für die Elf von Christian Streich. Also, hier steht es 1 zu 1. Wir gehen nach Düsseldorf. Da ist es etwas klarer. Etwas klarer ist gut. Hier ist es ziemlich klar. Düsseldorf fehlt einfach diese Kraft von Luke Bakio. Das sieht man ganz klar. Natürlich ist es nicht alles nur darauf zurückzuführen. Gladbach hat hier auch einen richtig guten Auftritt bislang hingelegt. Aber trotzdem, das merkt man. Karaman, Hennings und Benito Rahman mit der Flanke. Aber Johnson ist dazwischen. Dann gibt Eckstoß und einen Wechsel übrigens auch. Alfredo Morales kommt für Adam Bocek. Hazard geht bei den Gladbachern dafür. Patrick Herrmann neu in der Partie. Hat jetzt noch 33 Minuten Zeit, sich zu beweisen. Eckstoß für Düsseldorf. Wenn hier vielleicht das 1 zu 3 fällt, ist nochmal alles offen. Aber das ist zu schwach bislang gewesen. Sodass man nicht wirklich dran glauben kann, als Fan der Fortunen. Ist auch nicht wirklich schönes Wetter, also richtig Spaß macht das hier als Fortuna-Anhänger sicherlich nicht im Stadion. Strobl gegen Lars Stindl, beziehungsweise mit Lars Stindl natürlich. Und da spielen sie jetzt ganz gut. So sieht es weitestgehend aus. Johnson verliert den Ball. Wir schauen mal nach Nürnberg. Nach wie vor 1 zu 1 und die Nürnberger tun sich mittlerweile extrem schwer nach vorne etwas zu kreieren. Jetzt mal von Ischa gut gemacht. Ivo Iliciewicz reingekommen sein. Erster längerer Auftritt für den FCN. Gibt mal auch einen Wechsel hier. Edgar Sully kommt für Yuya Kubo. Der war sehr unauffällig. Und Sully soll sich mal beweisen. Eine Enttäuschung ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Aber ein so potenzialträchtiger Spieler mit so wenig Ertrag in dieser Saison. Nächster Treffer in Düsseldorf. Gucken wir uns an. Sie hören es an den Pfiffen im Hintergrund. Langsam wird es echt etwas peinlich. 0 zu 4. Dennis Zakaria. Wieder gut gespielt, aber auch wieder zu einfach. Rensing kommt raus. Kann den Winkel nicht mehr rechtzeitig verkürzen. Zumindest nicht ausreichen. Und somit steht es 0 zu 4. Zakaria hat er auch schon für die Nati getroffen. Aber jetzt Tor in Dortmund. Also dahin. 2 zu 0 für den BVB. Und ich lege mich fest. Das ist die Entscheidung. Von Wolfsburg kommt gar nichts mehr. Und Julian Weigl. Der Sechser. Macht das Ding. Drischt ihn schön rein. Kassels kann sich strecken. Und der kann einem einfach nur leid tun. Weigl macht hier voraussichtlich alles klar. Wir gehen hin, wo es spannender ist. Nach Bremen. Spannender. Aber auch nur rein vom Ergebnis her. Attraktiv ist das Spiel. Nicht wirklich. Brosinski. Spielt den Ball raus. Wir schauen kurz auf die Zwischenstände. Dortmund führt mit 2 zu 0. Freiburg 1 zu 1 gegen Bayern. Hier steht es 0 zu 0. Düsseldorf liegt 0 zu 4 zurück. Gegen Gladbach. Und in Nürnberg steht es 20 Minuten vor dem Ende. 1 zu 1. Das könnte also noch eine heiße Schlussphase werden. In den meisten Spielen ist ja noch in beide Richtungen alles drin. Aber hier ist es nach wie vor keine ansehnliche Partie. Man muss es so hart ausdrücken. Aber jetzt mal Mainz vielleicht. Jean-Philippe Jebamme legt den Ball raus. Aber Augustinson ist gegen den Schuss von Unisivo in der Schussbahn. Und damit wird es nicht wirklich gefährlich. Rashica Meinschner gegen Angriff. Wir schauen nach Nürnberg. Die Erlösung. Vielen Dank. Da ist nämlich ein Tor gefallen. Ist es das für Nürnberg gewesen? 2 zu 1 für die Gäste. André Hahn. Und Martenia sieht extrem unglücklich raus. Kommt raus. Will sich auf den Ball schmeißen. Aber Hahn kriegt die Fußspitze ran. Und da sieht Martenia einfach extrem unglücklich aus. 1 zu 2. Und 13 Punkte nach den 27 Spieltagen. Das ist für Nürnberg, wie gesagt. Ich will es auch nicht überdramatisieren. Punkte technisch, alles klar. Noch möglich. Aber die Hoffnung wird sicherlich nicht größer. Gegen den FC Augsburg wäre es jetzt mal eine Chance gewesen. Vor allem auch einen Konkurrenten noch im Abstiegskampf zu behalten. Der sich damit jetzt erstmal wieder etwas absetzen kann. Hier steht 2 zu 1 für die Gäste. Wir gehen nochmal nach Freiburg. Bayern rennt an gegen dieses 1 zu 1. Sie müssen hier eigentlich gewinnen. Das ist klar. Und so spielen sie auch. Aber es fehlt der zweite Treffer. Thiago kommt nicht durch. Gut rausgeschlagen. Aber die Bayern bleiben im Ballbesitz. Wir erhöhen gleich nochmal die Schlagzahl. Werden gleich nochmal wechseln. Aber schauen, ob die Bayern hier schnell was bringen können. Nach vorne Thomas Müller und Kimmich. Machen das über die rechte Seite ganz gut. Der Ball auf Robert Lewandowski. Thiago weiter Ball zu Coman. Die Flanke geklärt. Nochmal weg hier. Ja, ob man hier jetzt an der richtigen Adresse ist, wenn man guten und spannenden Fußball sehen will. Weiß ich auch nicht so ganz genau. Bremen ist tendenziell die bessere Mannschaft. Aber das ist zu wenig. Damit können sie nicht zufrieden sein. Sie haben gezeigt in dieser Saison, was für ein spielerisches Potenzial in ihnen steckt. Und jetzt müssen sie erstmal aufpassen, nicht das 0 zu 1 zu kassieren. Aber die Bremer, die so starken Bremer, zeigen heute nichts von ihrer Qualität. Oder zu wenig davon. Und jetzt ab nach Freiburg. Die Gäste führen. Der FC Bayern München wird erlöst durch Robert Lewandowski. 85. Spielminute. Die Fans des Sportclubs aus Freiburg können es nicht fassen. Die Bayern drücken und dann ein katastrophaler Beiverlust. Knapp 30 Meter vorm eigenen Kasten. Und das wird hier bestraft vom Polen der Bayern. Können sie nochmal zurückschlagen, die Freiburger? Oder ist die Moral jetzt am Ende? Das kann man sich bei den Freiburgern nicht vorstellen. Gibt hier nochmal einen Wechsel. Wir schauen nochmal nach Nürnberg. Da steht es ebenfalls 1 zu 2. Letzte Hoffnung für die Klubberer an dieser Stelle. Kann man nicht anders ausdrücken. Bitte, Martenia fängt den ab ohne Probleme. Das Spiel in Dortmund ist jetzt pünktlich schon abgefiffen worden. Information an dieser Stelle. 2 zu 0 gewinnen sie. Aber in Mainz gibt es jetzt, in Bremen gibt es jetzt einen Freistoß. Schauen wir hin. Ja, in Bremen aber für Mainz. Aus dem Halbfeld. Da ist Pierre Kondemalong. 0 zu 1. Unglaublich. Der Lucky Punch für die Gäste. Und die Elf von Sandro Schwarz. Pierre Kondemalong mit dem Kopfballtreffer. Und das ist nicht unverdient. Aber die Bremer schlagen sich auch selbst. Dieser Freistoß in der Entstehung völlig überflüssig. Und Langkamp ist doch eigentlich dran. Steht aber in der schlechten Position. Und Pavlenka etwas zu weit vor seinem Kasten. Hatte überlegt rauszukommen. Er entscheidet sich für den Mittelweg. Tor in Freiburg. Hier falsch. 0 zu 1. Und nochmal nach Freiburg. Alles klar in Freiburg. 3 zu 1 gewinnen die Bayern. Oder schießen sich zumindest erstmal 3 zu 1 in Führung. Sind noch zwei Minuten zu spielen. Schöner Ball von Renato Sanchez und Thiago Alcantara. Macht das dann klasse. Mit links angenommen. Und dann raufgewuchtelt. Also hier ist alles klar. Wir schauen nochmal nach Nürnberg. Da läuft die Partie noch. Ja, aber Augsburg kommt eher nochmal zum 3 zu 1. Cordova mit der Flanke. Martinias dazwischen. Und jetzt ist es vorbei. Nürnberg unterliegt dem FC Augsburg. Die Gäste machen ganz wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf klar. Und für Nürnberg, wie gesagt, ist es das wohl gewesen. Nochmal nach Dortmund. Ja, hier wurde nicht mehr lange nachgespielt. War aber auch nicht nötig. Wolfsburg war an diesem Nachmittag den Dortmundern nicht gewachsen. Und das ist wieder auch ein Zeichen in Richtung München. Auch wenn die ebenfalls gewinnen konnten. Das 2 zu 0 extrem souverän. Klasse Bundesliga-Auftritt. Ja, und das war es aus der Konferenz. Bis zum nächsten Mal. Und Adios. Hoffenheim schafft es einfach nicht, Dominanz auch ins Ergebnis überzubringen. Ein 1 zu 1 gegen Stuttgart, das im Kampf um die Europa League oder um die Champions League gar viel zu wenig war. Die erste Möglichkeit gehörte den Leverkusenern und die saß dann auch Kai Havertz mit dem vermeintlichen 1 zu 0. Der stand aber im Abseits. Sehen wir gleich auch nochmal mit der Linie angedeutet. Da startet er für einen Augenblick zu früh und Julian Brandt kann es nicht mehr rechtzeitig korrigieren. Viertelstunde gespielt. Weiterhin nur die Elf von Peter Bosz. Von Julian Nagelsmanns Männer nach vorne noch nicht sonderlich viel zu sehen. Brandt mit dem Ball auf Kevin Vorland. Demir Bay ist dazwischen, da machen sie es selber heiß. Baumgartlinger kommt erst nicht durch und wuchtet den Ball aus kurzer Distanz, aber auch spitzen Winkel dann nur ans Außennetz. Nun auch die Sinsheimer. 5 Minuten vor der Pause endlich mal mit einem sehenswerten Offensivzeichen. Demir Bay und Bittencourt testet Lukas Radetzky. Der Finne hat Probleme den Ball festzuhalten. Geht dann auf Nummer sicher und wehrt ihn zum Ecksturz ab. Das war ein super Schuss. Fähre in der Szene aber auch zu viel des Guten gewesen, weil Hoffenheim nicht so gut spielte. Vor der Pause nochmal die Leverkusener. Nachspielzeit abgelaufen, aber der Angriff lief noch. Kevin Vorland und das Tor 0-1. Natürlich Kevin Vorland, Eck Sinsheimer, 45. Spielminute, klasse Schuss und dass der einen wuchtigen Schuss, einen klasse Huf hat, dass er hier auspacken kann, das steht nicht erst seit heute fest. 45 Minuten also von der Uhr. Leverkusen führt und das war absolut verdient. Julian Nagelsmann konnte einfach nicht damit zufrieden sein, was seine Mannschaft aufs Feld brachte. Und das führte sich im zweiten Durchgang erstmal auch sofort. Karim Belarabi kann sich da viel zu einfach drehen und dann dieser Fehler von Porsch, der aber dank Oliver Baumann von Julian Brandt nicht ausgenutzt werden kann. Völlig frei steht er da am zweiten Pfosten, ist dann vielleicht etwas überhastet. Aber es machte nichts, weil Leverkusen weiterhin die einzige Mannschaft hier von den beiden war, die nach vorne Zeichen setzte. Brandt mit der Flanke, Kai Havertz, viel zu einfach, 0-2. Elftes Saisontor und die Pfiffe ertönten hier in der Pre-Zero-Arena. Damit konnte man einfach nicht zufrieden sein, das war viel zu wenig und die Tore gegen hinten einfach zu leicht. 65. Minute, weiterhin nur Leverkusen, die hatten hier mittlerweile richtig Spaß dran gefunden, nach vorne zu spielen. Weiser, Kai Havertz und Julian Baumgartlinger, der hatte auch Lust, hier einen Treffer zu erzielen, war ihm aber nicht vergönnt. Schlussphase, nun endlich mal die Sinsheimer, aber die Zeit war eben schon fast abgelaufen. Kaderabek über die rechte Seite, hat dann ein bisschen zu viel Platz, Jonathan Tag rückt auch nicht raus und Kaderabek macht es dann einfach selber, dauert dann vielleicht auch sogar noch ein Stück weit zu lang. 89. Minute, die beste Chance in der kompletten Partie von Hoffenheim. Es wurde aber nicht mal mehr mit dem Anschluss, Treffer Leverkusen setzt sich hier mit 2 zu 0 durch und das ist absolut verdient. Julian Nagelsmann, wie gesagt, der wird da einiges an Redebedarf haben. Der BVB setzte sich gegen den VfL Wolfsburg früh in Führung. Jakob Brun Larsen machte in der siebten Spielminute das 1 zu 0 für die schwarz-gelben Gastgeber. Kastils kommt raus, wird dann getunnelt zu allem Überfluss, kann er aber auch nichts machen. Wird da von seiner Verteidigung alleine gelassen. Alles klar machte in einer ganz unaufgeregten Partie in der 68. Spielminute Julian Nagelweigel für den BVB. Extrem abgezockter Auftritt der Elf von Lucien Favre. So gewinnen sie mit 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Der SV Werder Bremen musste ganz spät einen Nackenschlag hinnehmen. Pierre Kunde Malon machte in der 91. Spielminute das einzige Tor des Tages. Kopfball nach Freistoß aus dem Halbfeld. Pavlenka steht etwas zu weit vor seinem Kasten, weiß nicht, ob er rausgehen soll, ob er drinbleiben soll. Am Ende kriegt er die Kirsche hinten rein. Und Bremen verliert mit 0 zu 1 gegen den ersten FSV. Der FC Bayern München rackerte sich gegen Freiburg richtig ab. 35. Minute, da ging sie dann erstmal in Rückstand. Nils Petersen, schöne Drehung gegen Boateng, der einfach nicht agil genug ist. Und Neuer kann sich strecken, wie er will, da kommt er nicht mehr ran. Im zweiten Durchgang drehten die Münchner nun auf. 51. Minute, Thiago Alcantara mit dem Schuss. Mit dem linken Fuß aus spitzen Winkel überwindet er das Schwolo, der den Arm nicht mehr rechtzeitig hoch bekommt. Dann dauerte es lange, bis Bayern in Führung ging. 85. Minute, dann Fehler im Aufbauspiel von Freiburg. Viel zu einfacher Ballverlust. Die Bayern lauern nur auf sowas. Und Lewandowski, der Pole, macht in der 85. Minute dann das 2 zu 1 für die Gäste. In der Nachspielzeit dann die Entscheidung. Doppelpack, Thiago, wunderbarer Ball in die Spitze von Renato Sanchez. Schöne Ballannahme, schöne Ballmitnahme dann vom Spanier. Und damit das 3 zu 1, an dem Thiago ganz erheblichen Anteil hatte. Fortuna Düsseldorf erwischte keinen guten Tag und ging in der 14. Spielminute bereits mit 0 zu 1 in Rückstand. Jonas Hofmann traf mit dem rechten Fuß zunächst den Pfosten. Von da ging der Ball dann aber über die Torlinie. 0 zu 2 durch Lars Stindl in der 20. Spielminute. Staubt ab. Erst der Aluminiumschuss, dann kommt er mit der linken Fußsohle aber ran. Und Rensing war dann eben schon geschlagen. Es kam in der ersten Halbzeit noch dicker für die Elf von Friedhelm Funkel. Thorgan Hazard mit dem 0 zu 3 in der 33. Spielminute. Damit war dann auch schon alles klar. Nach 5 Treffern in Wolfsburg wollte man aber vermeiden, wieder 5 zu kassieren. Jetzt war es das 4. Tor von Denis Zakaria in der 67. Spielminute. Das war dann aber auch das Ende des Liedes. Fortuna Düsseldorf musste einfach einsehen. Ohne Dodi-Luke Bakio geht einfach nur noch halb so viel nach vorne. Und so verlieren sie mit 0 zu 4 gegen aber auch gut aufgelegte Gladbacher. Nürnberg ging in der 31. Spielminute durch Hanno Behrens gegen die Fuggerstädter in Führung. Und das ist ja ein ganz wichtiges, zukunftsweisendes Spiel. Denn würde man hier gewinnen, hätte man zumindest die theoretische Chance nochmal oben angreifen zu können. Aber diese Führung hielt nicht mal bis zur Pause. Denn dann machte Marco Richter in der 40. Spielminute das 1 zu 1. Schöner Schuss aus der Distanz. Da kommt Martenia nicht mehr raus. Aus dem Rasen streckt sich. Aber er reicht den Ball nicht mehr. Und eine Viertelstunde vor dem Ende erzielte André Hahn das Siegtor. 75. Eben hält nur noch die Pike hin. Martenia sieht nicht wirklich glücklich aus. Kommt da raus und dann muss er den Ball haben. Hat er aber nicht. Und so verliert Nürnberg mit 1 zu 2 gegen Augsburg. Und eventuell damit auch die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt. RB Leipzig empfing am Samstagabend zum Topspiel die Hertha aus Berlin. Und es war eine durchaus unterhaltsame Partie auch schon in der Anfangsphase. Lustenberger kann diesen Flankenball erstmal klären. Forsberg macht es aber mit Adams nochmal heiß. Berlin ohne Zugriff. Kampel auf Timo Werner. Nochmal auf Kampel. Abgefälschter Schuss. Und 1 zu 0. Achte Spielminute. Zweite Saisontor. Für Kampel unglücklich noch abgefälscht in der Mitte von Lustenberger. Und dann war für Jahrstein jegliche Möglichkeit den Ball zu erwischen vergangen. Viertelstunde von der Uhr. Weiterhin die Roten Bullen besser drauf. Paulsen auf der rechten Außenbahn. Legt nochmal zurück zu Adams. Der Motor in der Partie von den Roten Bullen an diesem Abend. Und dann ganz wichtig von Rekic, dass er dazwischen kommt. Ansonsten wäre Kampel da gewesen und hätte den Ball nur noch reindrücken müssen. Wäre wohl das 2 zu 0 gewesen. Nun auch mal die Berliner. Kalou mit dem weiten Ball auf die rechte Außenbahn. Valentino. Lazaro geht nicht blind aufs Tor zu, sondern legt nochmal zurück. Hat die Übersicht. Und Salomon Kalou mit dem Ausgleich. Wie aus dem Nichts. Das 1 zu 1 durch den Ivora. Gulaschi kann aus kürzester Distanz nicht mehr rechtzeitig reagieren. Und hat ein bisschen Pech, dass er mit den Händen nicht mehr drankommt. 1 zu 1. Also zum Pausenpfiff. Glücklich für die Härte, aber das nahm sie natürlich gerne an. Nun wurde aber die Elf von Ralf Rangnick nochmal richtig frech. Und spielte dauerdrückend nach vorne. Paulsen zurück. Kampel und dann Emil Forsberg. Super Grätsche von Rekic. Schauen sie sich das an. Verteidigung stimmte hier. Spielte er nur den Ball richtig toll gemacht. Aber im Aufbau verloren sie dann wieder den Ball. Und das war zu gefährlich. Kevin Kampel auf Adams. Sabitzer. Marcel Sabitzer. Da kommt Forsberg nicht durch. Stark vor die Füße von Timo Werner. und das 13. Saisontor bedeutete dann die abermalige Führung für Leipzig. Ärgerlich für Härte, weil absolut vermeidbar. Aber sie spielt nach vorne bis dahin einfach zu wenig. Nun aber endlich mal wieder die Elf von Paldadai. André Duda auf Gojic. Lazaro nimmt Selke mit. Die Flanke auf Mittelstädt und das Tor. Doch die Freude hielt nicht lange an. Es war abseits. Bei der Flanke von Selke schauen wir auch drauf. Minimal, aber richtig gesehen. Extrem bitter für die Hertha, die dran glaubte. Die es jetzt auch erzwingen wollte. Aber manchmal entscheiden eben ein paar Zentimeter. Stattdessen wieder Leipzig nach vorne. Timo Werner legt den Ball nochmal zurück. Emil Forsberg, aber der Schwede trifft nicht. Ohne Jahrstein wäre sonst eventuell auch da gewesen. Die Zeit lief da vorne. Nachspielzeit. Vom 2 zu 2 waren die Herthaner nun ganz weit entfernt. Das 3 zu 1 lag eher in der Luft. Aber Paulsen war heute vom Glück einfach nicht geküsst. Dritte Minute der Nachspielzeit. Jahrstein konnte sich nochmal auszeichnen. Doch es war nutzlos. Hertha verliert trotzdem. Zwar knapp mit 2 zu 1. Die Nullpunkte stehen dennoch da. Leipzig aber gewinnt mit 2 zu 1. Absolut verdient und fässt sich da mit den Champions League an. Hannover 96 machte das zuletzt gar nicht schlecht. Gegen den FC Augsburg verlor man nach Führung mit 3 zu 1. Gegen Leverkusen kämpfte man sich nach einem 0 zu 2 wieder ran. Aber es standen trotzdem jeweils die Nullpunkte. Gegen Bielefeld ging es dann im Freundschaftsspiel mit 0 zu 5 so richtig dahin. Und hier hatte die erste Möglichkeit der Gast aus Gelsenkirchen. Die Königsblauen stehen ja auch extrem unter Druck. Das war hier wirklich eine extrem ängstliche Anfangsphase. Aber die Angst wurde dann so langsam genommen. Und Hannover 96 spielte nun auch mal nach vorne. Marina nimmt dann Bacalorz mit. Asano hat die Übersicht. Hat er nicht, sondern haut selber drauf. 13. Minute 1 zu 0 für Hannover 96. Über Umwege kommt da der Ball zu ihm. Spielt aber nicht rüber zu Muslia. Der duckt sich noch weg. Gott sei Dank. Ansonsten wäre es wohl auch abseits gewesen. Und die Schalker schon wieder im Rückstand. 25. Minute. Oczipka legt sich den Ball zurecht. Bringt ihn gefährlich rein. Und Salif Sané mit dem Kopfball. Der Ex-Hannoveraner. Und das wäre es natürlich noch gewesen, wenn der hier einnickt und die Hannover Fans ins Tal der Tränen, ins Tal des Abstiegs köpfen würde. Nochmal vor der Pause. Die Elf von Hüb Stevens und der Ausgleich. Erzwungen und jetzt auch verdient Mark Uth sein drittes Saisontor erst. Und diese Statistik sagt einfach schon alles aus über den S04. Ihr drittes Saisontor für einen Stürmer, der mit so viel Vorschuss Lorbeeren gekommen ist. Aber immerhin waren sie jetzt wieder da. Und jetzt hatte er getroffen. Fünf Minuten im zweiten Durchgang fast gegangen. Eckstoß von der rechten Seite. Sebastian Rudi lässt sich alle Zeit der Welt. Hauptsache der Ball kommt dann gefährlich rein. Sané wieder. Den bekam sie da hinten bei Hannover einfach nicht unter Kontrolle. Den Ex-Kumpanen. Den setzt er hier aber nur ans Außennetz. Nun auch wieder Fehler hinten. Sané verliert den Ball an Weidern. Jonatas und Asano. Fast mit dem Doppelpack. 58. Minute. So schlecht war es nicht. Sehen wir auch wieder in der Wiederholung nochmal. Dann links vorbei. Da fehlen einige wenige Zentimeter zum Erfolg. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Hannover muss hier eigentlich den Dreier mitnehmen. Und so spielen sie jetzt auch. Asano auf Floromus Lira. Doch der Nachwuchsspieler scheitert am anderen. Alexander Nübel fährt in der 74. Minute eine tolle Parade. mit seinen Händen aus. Und der Eckstoß danach. Auch die sorgen für Gefahr. Jonatas auf der Linie. Klärt Rudi. Szene noch nicht geklärt. Muss Lira nochmal. Miko Albornoz. Zu Bacalorz. Aber es sollte nicht sein. Hannover 96 hätte sich damit wieder langsam ranraben können. Das 1 zu 1 dürfte zu wenig sein. Unter dem Strich haben sie Klasse gespielt. Waren auch besser als die Schalker im zweiten Durchgang. Aber mit einem Punkt kommt man da unten nicht raus. Eintracht Frankfurt empfing zum Abschluss des 27. Spieltages den VfB Stuttgart in der Commerzbank Arena. Und die Frankfurter hatten Lust mal wieder Fußball zu spielen. Das sah man ihnen hier von Beginn an an. Bisschen Erholung. Er tat ihn ja nicht schlecht. Nach den englischen Wochen immer wieder Pokal. Also Europapokal. Aus dem DFB-Pokal sind sie ja schon raus. Und auch die Liga machte ihn zu schaffen. Nun mal diese Möglichkeit für Danny Da Costa, der geschickt wird. Und auch eiskalt bleibt. Vor Ron Robert Thieler in der 17. Spielminute. Der rechte Verteidiger macht das Ding rein. Verdiente Führung für Frankfurt, weil Stuttgart nach vorne noch nicht zustande bekam. Genialer Ball und Da Costa ist mit seiner Schnelligkeit da. Und dann auch abgezockt in dieser Saison. Kämpf kommt einfach nicht hinterher. Ron Robert Thieler nimmt das Risiko, dass er durch das Rauskommen in Kauf nimmt. Aber wird dafür bestraft. Halbe Stunde gespielt. Nun noch mal die Schwaben. Castro nimmt über die rechte Seite Eswein und Andreas Beck mit. Schöner Ball. Die Davy scheitert aber an Trapp. Und dann noch mal die Möglichkeit. Gommels Schuss von Arcebe abgefälscht. Ganz brenzlige Situation. Und Glück jetzt, dass noch nicht der Ausgleich da war. Das waren ganz, ganz brenzlige Situationen. Doch der VfB glaubte weiter dran. Vor dem Pausenpfiff noch mal nach vorne. Konnten ja schon die Sinsheimer vor der Länderspielpause ärgern. Castro. Oh, Gonzalo Castro. Was für ein Tor. Nachspielzeit schon abgelaufen. Gonzalo Castro mit dem Ausgleichstreffer. Sensationell, wie er den mit seinem linken schwächeren Fuß ins Eck reinhebt. Trapp kann sich strecken, wie er will. Da kommt er nie im Leben ran. Doch Eintracht Frankfurt für den zweiten Durchgang absolut gerüstet. Wollten sich mit diesem Punkt nicht zufrieden geben. Wollten mit dem Superball auf außen. Pedro Willems vertrat den verletzten Philipp Kostic. Und 2-1. 49. Minute. So schnell war die gute Laune. Rund um Markus Weinzel wieder passé. Das geht aber auch zu einfach aus Stuttgarter Sicht. Man steht nicht zu unrecht da. Ganz unten hat jetzt schon 58 Gegentore kassiert. Bei einer Tordifferenz von minus 31. Das ist miserabel. Und hier sieht auch Ron Robert Zieler einfach total unglücklich aus. 2-1 wieder für die Frankfurter. Konnten sie das jetzt über die Zeit bringen. Es war ja noch genug Zeit für Stuttgart zumindest, den Ausgleich zu erzielen. Alexander Eswein legt sich den Ball auf der rechten Eckballposition genau hin und bringt ihn dann auch rein. Und das Gommes trifft aber nur das Aluminium. Nochmal Gommes geklärt von Fernandes. Was für eine Doppelchance. Hier erst der Latentreffer. Aber so ist es, wenn man da unten steht. Dann gehen solche Bälle auch nicht rein. Über eine Stunde jetzt schon von der Uhr. Mal wieder die Frankfurter. Ante Rebic hat die gute Übersicht. Fernandes dann mit dieser Rückgabe. Da wurde es nicht so wirklich gefährlich für Ron Robert Zieler. Wir springen schon in die Schlussphase. Stuttgart fiel nach vorne nicht mehr ein. Es sollte nicht klappen. Frankfurt stand extrem kompakt und ließ nichts mehr zu. Fernandes mit dem Ball zu Pacienza. Leitet weiter auf Da Costa. Aber kein Problem für Zieler. Das war die letzte Möglichkeit in dieser Partie nochmal Gefahr herauszuspielen. Frankfurt nutzte sie nicht. Trotzdem stehen sie mit drei Punkten da. Es war unspektakulär. Es war ein Arbeitssieg, wie man ihn nur so betiteln kann. Und Stuttgart verliert. Das war es dann auch wieder mit der Megaprognose. Naja, so lange ist es auch wieder nicht geworden. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo wie immer freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und Tschüss.